hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge vom pixelmon let's play jo wir sind hier ja dort drüben war der blaue wald und da war ja das dorf ganz in der nähe weil ich hier ein cooles thumbnail gemacht habe das habe ich ja im let's play part noch nicht gesehen und dann als ich noch ein bisschen kurz die wiese angeschaut habe habe ich dann das gesehen das ist scheinbar irgendwie ein vogel eines der drei legendären vögel oder so schauen wir gleich und hier ist noch ein großes haus mit genau und wir haben zwei große pokémon eins ist ja der auserwählte das ist der starter pokémon das erste pokémon dass man auswählte am anfang und hier haben wir evoli der spacey und spacey scheinbar vom trading card game eine spezielle karte also eine edition sozusagen gut hier haben wir noch eine mission der kommt wahrscheinlich von dort kannst du ein shiny pokémon für mich fangen ja können wir super ich freue mich von dir zu hören und wir machen noch tag genau so das nächste ist ich habe leider in momentan echt wenig zeit dass es kommt sicher mal ein paar pro tag aber meistens wahrscheinlich dann später wie jetzt zum beispiel nämlich erst um zwei uhr auf nachmittag weil ich einfach nicht konnte es ist halt einfach ich bin morgens sehr fit und ich muss einfach sport machen dass ich überhaupt auch fit in den let's plays wirke und so weiter also nicht wundern es ist schon manchmal vielleicht ein bisschen doof für euch wenn ihr halt einfach mehr schauen wollt und ein bisschen besser fan seid und ja aber ich kann nichts nicht noch besser machen als ich einfach mache geht einfach nicht und jo ich habe halt einfach zu viel leben und es ist halt einfach für mich nur ein hobby es ist keine arbeit aber ich mache es mega gerne und deshalb mache ich weiterhin nach mega gerne müssen ein paar sachen reinlegen die nicht in den beutel gehen und dann muss ich die sachen die von pixelmund sind noch genau das ist ein bisschen kompliziert so und durch ein projekt also vor allem livestreams champions der verregnungen habe ich ein paar hater bekommen das ist es ist toll ich sehe es gibt mehr ok weizen geht auch also das ist die truppen ich habe da rechts geklickt nein ich habe den bötel jetzt habe ich gerade den besen den durcheinander ähm genau ich habe ja auch keinen platz mehr stimmt ah die bellen nein die bellen will ich nicht reintun ähm dann nehmen wir doch den pilz noch mit und die bete so der endstein ist auch wichtig schneeblock das fleisch können wir noch ja das fleisch mit schneeblock nicht gut also das nächste ist eben ähm ich habe mehr fans von pixelmund bekommen das das ist für mich jo jetzt nicht unbedingt wichtig also ich bin ja einer der einfach videos zeigt ich zeige einfach wie ich spiele ich bin ja nicht der der wirklich fans so mega anlockt aber wenn man das hat und trotzdem halt nicht mega auf clickbaiting und auf werbung und alles setzt hat wirklich viel toller als wenn man hat mega abhängig ist und ständig sagt abonniert mich oder äh ja macht andere dinge liked mich zum beispiel oder so ich sage das eigentlich nie außer bei beispiel weil ich genau weiß ihr mögt es nicht und einfach wegen einem spiel und weil ich halt manchmal auch ein bisschen meine kritik an leute die kritisieren oder so sachen ausübe also so ein bisschen reflektiere nicht reflektiere das ist jetzt das falsche wort ich tue ja nicht denen sagen was mich betrifft oder so das sind die narzissten die sowieso ganz anders sind wie ich ähm sondern einfach wenn einer böse zu mir ist bin ich böse zu dem automatisch das bin nicht ich das ist meine art das ist das ist einfach die leute haben es nicht anders verdient und ich bin netter zu netten leuten aber manchmal sieht sehe ich einfach die netten sachen nicht von den menschen weil sie nur die negativen sachen sagen also zu den menschen klar ich bin auch manchmal ein bisschen kritisch aber eher zu spielen oder einfach zu den entwicklern die halt ein bisschen etwas falsch machen aber ich tue nicht anderen menschen planen damit sie mich haten müssen die hater kommen auf mich zu weil sie halt einfach meinen ja ich tue das spiel let's play also müssen sie die frust die sie in den spielen ausüben wie zum beispiel bei champions of regnung halt dann auf mich übertragen müssen ohne grund okay ich mache ein paar markierer damit ich die noch holen kann nachdem diese statuen es gibt ein meisel die kann man noch ändern die statuen ich weiss aber nicht wie mitnehmen also ich glaube es ging kaputt wenn man sie abbaut muss ich noch ein bisschen verstehen lernen immer noch brot sehr gut ja und ja eben also ich werde wahrscheinlich wirklich unterschätzt oder die leute sehen mich manchmal einfach falsch wenn sie meine videos schauen ich denke ihr seid es nicht wenn es euch irgendwie betrifft ja ich rede gerne ein bisschen darüber aber dann seid ihr selber schuld wenn es euch betrifft also wenn ihr halt unartig seid und ich erzähle es sachen erzähle die euch betreffen dann müsst ihr euch nicht irgendwie geplagt fühlen und mich haten weil es seid ihr ja die das problem haben und nicht ich und ich habe auch nicht probleme mit haten weil hater sieht man auf youtube nicht youtube tut die kommentare gar nicht öffentlich machen die hates sind das sehe nur ich und die dislikes sehen die anderen ja auch nicht wieso hatet ihr überhaupt auf youtube es geht ja nicht also einfach sachen vielleicht auch nicht so persönlich nehmen bei mir weil es muss ja euch nicht betreffen und wenn es euch betrifft einfach nicht an mir rauslassen das ist nie gut weil ich dann einfach böser werde ich mache es mehr flottbar ne flottbar nehme ich ich weiß nicht ich habe noch zu wenig platz wir müssen einen rucksack machen der alle items ja das gehe nicht ähm ich könnte ich könnte etwas etwas da lassen und das ist eigentlich nein die weiß ich wo das nicht die redstone blöcke die brauche ich nicht ich setze sie nicht an also ich tue sie nicht in redstone umwandeln und so also dann gehen wir nach oben wo war es oben da oben höh hört doch auf ey manche pokémon sind so mega mühse es ist gut dass ihr es wahrscheinlich nicht so gut hört aber sagt mir einfach mal ein bisschen feedback es gehen immer nicht viele Sachen ich sehe was halt wirklich ist und was einfach Hate ist Hate ist Lüge meistens und Feedback Kritik ist Wahrheit oder wo ist jetzt dieser Berg man sieht einfach gar nichts im Wald warum gut ok haben wir es einfach nicht gut gesehen wegen den Bäumen ist ein bisschen schwer ja ist gut ich weiß ein Gurren ist das Duselgur ein Dauergur Guru Guru Drei weisse Taumen gibt's nicht mehr ja ähm fertig EAV so ähm ja diese Generation immer hey wie soll man denn hier hoch kommen wenn man nicht irgendwelche Blöcke setzen will ich muss unbedingt hier irgendeine Zuhörer haben oder so ja ja ich glaube ich verliere ich muss wechseln das ist ein Verwehr-Pokémon Evolui du schaffst es Evolui du bist doch ein Wasser-Pokémon ja oh knapp jetzt jetzt stark für andere was heisst heisst brocken ja gut fliehen ist das ein Trainer hä ich habe aber kein Geld verloren ich habe gar kein Geld das ist ein Trainer ok äh ich habe das irgendwie ein bisschen ausgehebelt das ist eine Arena ist das eine Flug-Arena ist das eine Flug-Arena ich bin nicht gegen ich die schau nicht mal in meine Augen danke für den Kampf ja danke für den Kampf nicht nicht für den Kampf danke für's das ist eine Arena das ist ein Drache das ist ein Drache lol ich check das nicht so schnell ich bin ist das eine frühe Arena also es ist ein bisschen also ich finde den Mod wirklich gut aber ich muss jetzt einfach Kritik auslassen der Mod ist einfach nicht irgendwie es ist einfach viel zu automatisch alles greift an und so deshalb habe ich sie auch ausgestellt oder das kann man wenigstens in einem Konfix ausstellen oder so Sachen und also sehr anstrengend aber der Mod der ist einfach so mega also wie Skyrim eigentlich in Skyrim kannst du auch so viele Sachen machen und weiss nicht was du machen sollst weil du belagert wirst von irgendwelchen Sachen oder diese selbst auslösenden Spielen ja ihr merkt es mag ich nicht zum Beispiel eben Autokämpfe oder Trainer die nicht in die Augen schauen direkt das ist natürlich immer so man muss genau dort durch wo eine Linie der Trainer hat dann eine Linie auf der Stirn oder so der nach vorne ist wenn die Linie übertreten wird oder dann will er betteln aber hier ja wenn man 10 Meter in die Nähe kommt dann wird überall betteln angefangen so diese guten Tag zusammen was macht die hier so ja gut ich weiss es nicht also ich kann es nicht sagen das ist die KI und ich habe halt keine KI im Kopf ich habe nur eine richtige Intelligenz die ist hoffentlich auch ein bisschen besser Hornschi das sind doch wichtig Seenfackeln sind auch wichtig das will ich ach komm das Gerät schädel er braucht schon das Gerät schädel ich nicht wir haben noch wei ist das euer Ernst? ich kann euch doch nicht auswählen ich will auch nicht zu viele Quests annehmen ja ok ich kann es nicht auswählen kommt mal raus ähm ich muss noch irgendwas in die Kiste tun ähm na komm einmal schweinen muss ich ja nicht unbedingt eieieie was ist denn eigentlich mit dem Boden hier los? ja ihr wollt raus ich weiss nein was ist noch unten jetzt bin ich auch unten ihr seid doof und auch ähm man kann keine Dorfbewohner spawnen also ich ich habe diesen Mod rausgenommen weil der ja sowieso nicht funktioniert wenn die Dorfbewohner immer Pokémon Trainer sind sozusagen und deshalb äh habe ich den Mod rausgeworfen den Moa Villager Mod der existiert sozusagen nicht im Spiel also die ähm Work Tables und so Sachen die sind drin genau ja und x auch noch ok es ist ein bisschen anstrengend hier im Dorf ich weiss ich ich muss jetzt mal ein bisschen weniger beachten was ich denn hier ja so mitnehme gut so jetzt also ich nehme es einfach nicht mit und ich mache das einfach mehrheitlich jetzt selber während den Pausen von den Parts ja das kann ich ähm lassen wir einfach wieder finden Apri Coco Kunst so gut dann gehen wir wieder langsam zurück wir sind ja voll wir haben eigentlich alles hier hoffentlich gesehen ja vielleicht nicht ganz aber aber wir haben hier unten noch etwas da gehen wir dann im nächsten Part wahrscheinlich hin hier waren wir hier äh hier waren wir wahrscheinlich noch nicht so und hier waren wir wahrscheinlich auch noch nicht aber wir gehen jetzt einfach mal geradeaus und dann kommen wir eigentlich hier äh da oben wieso sehe ich jetzt eigentlich die da ok ich habe es einfach nicht erkannt schon genug so ähm ja ok gehen wir auf der anderen Seite durch jo und währenddessen müssen wir natürlich auch noch schauen dass wir ein bisschen Pokémon trainieren können genau oh hier haben wir auch noch mal so eine Statue ich glaube die roten Bären da die Süßbären die haben wir schon oder was sind es nur die blauen das ist irgendwas mit K Krakela aber nein Krakela ist nur anders genau nicht irgendwie so mit K denke ich mal hier haben wir Abikokos nicht ist egal die Blumen könnte ich dann ein bisschen weiter weg sammeln ähm und dann einfach vervielfältigen wenn das geht genau und die wird das auf Pflanzen auch aber die sind wahrscheinlich eher nutzlos nur Deko hier ist Lava denke ich mal ja wieso habe ich können leider nicht rennen können ich war in der Luft wahrscheinlich so nö gut immer schauen im Pixelmon Mod es gibt immer so Geheimverstücke äh ja ich habe ja keinen Platz doch ich habe keinen Platz Fähigkeiten Kapsel das könnte wertvoll sein bei der Anwendung auf ein Pokémon das zwei verschiedene Fähigkeiten haben kann wird seine aktuelle Fähigkeit mit der anderen ausgewechselt verstehe ich jetzt nicht so ganz verstehe ich jetzt nicht so ganz er kann es haben zwei verschiedene Fähigkeiten haben kann es gibt also Pokémon die zwei verschiedene Fähigkeiten haben kann und also wenn du jetzt zum Beispiel ein Bidiza hast und du hast nicht Mitnahme oder eher ein äh ja das andere Pokémon das nicht so dick ist ähm also eines mit Mitnahme hast vielleicht ein Mauzi auch oder so und du möchtest gerne Mitnahme damit du ein bisschen Items bekommst dann kannst du die andere Fähigkeit die halt noch existiert und das nicht hat dann zur Mitnahme zum Beispiel wissen okay verstanden habe ich verstanden und ich hoffe ihr auch also eben ja man hat halt immer manchmal auch zwei Fähigkeiten zur Auswahl wenn man ein Pokémon ähm schafft also ja fängt oder züchtet oder so und deshalb ja oder geschenkt bekommt gibt es das in Pixelmon dass man ein Pokémon geschenkt bekommt vielleicht halt mal bei meinem Arena leider nö ich glaube nicht ja egal also jo jetzt rede ich noch ein bisschen positiv über einen Mod und das ist ja der Ilju Biom Go ähm der schwierigste Mod Namen den es gibt es wird nicht ah ja oh der Biom okay ein bisschen anders und ähm ich finde den Mod wirklich fast der beste in der Welt also der Biom Mod der beste Biom Mod das ist hier Schwertlilie die gibt es im ReLife auch oder also in anderen Spielfragen ich kenne die Blumen und Pflanzen meistens von anderen Spielen und dann existieren sie gar nicht im ReLife oder so ich bin kein Botaniker kein Garten ich habe also wenn ich Pflanzen habe sie verdursten ich habe einfach kein Gefühl wann brauchen die Pflanzen was ich mache es einfach nicht ich bin so beschäftigt ständig es ist mühsam ich kann keine Pflanzen in meinem Zimmer haben oder auf einer Terrasse oder so habe ich auch keine Terrasse also die Wege schon habe ich selber nicht ich habe nur ein Fenster und ein Fenster das du nicht wo aufmachen kannst zwei Fenster eins nur eine Scheibe und die andere zum aufmachen ein bisschen schmäler mehr habe ich nicht ich bin ganz arm bitte spenden bitte spenden bitte spenden bitte bitte spenden das ist ein Meme gewesen von einer Frau in einem Bus die unbedingt ja Geld braucht also eine ja Bettlerin und sie ist halt ein bisschen psychisch schrank gewesen und hat dadurch so mega erpresst die Leute also wirklich gezwungen schon ihr Geld zu geben aber das ist natürlich die Krankheit ich denke normale Menschen würden jetzt das nicht unbedingt machen AK-Livstream das sind keine echten Menschen oder? ich bin böse heute bin ich ein bisschen böse die armen Livestreamer die müssen unterstützt werden sagt der Livestreamer der nie richtig Livestreamt wegen Krankheit schwarze ah das sind ja solche Atems die nicht Pixelmimics sind die nicht vom Pixelmod sind deshalb nochmal mehr also ich muss eben schauen eine bessere Location für eine Farm und für die Villa und dann einfach noch hier ein bisschen den Rest hinstellen aber noch nicht so viel machen hier es ist zu wenig Platz die Gegend ist da zu schön so wunderbar so wunderbar den PC kann ich auch hier oben hin tun und jetzt müssen wir mehr Kisten machen ja es ist es ist ein bisschen viel los also ich habe ja nicht viele Mods drin aber die Mods sind halt mega gross dass man dass ich halt einfach irgendwie ja doch nicht so viel machen kann pro Part es sollte euch hoffentlich nicht stören dass ich ein bisschen gross mehr mache einfach ein bisschen kritisieren das hilft mir also ich mache die Sachen dann einfach nicht im Video dann zwischen den Videos das ich will euch schon ein bisschen etwas zeigen ich bin nicht so einer der wirklich nur kurz Sachen zeigt und dem Video schneidet ja das muss ich so ein bisschen hier dran tun so so nehmen wir auch hier gut also diese Büsche möchte ich da noch anfangen ah hier haben wir aber Kokos also ich würde jetzt auch empfehlen manchmal ein bisschen zu teleportieren wieder mehr und ich denke die Quest ist jetzt geredet habe ich das nicht irgendwie auf die Q-Taste gelegt mit der Quest jetzt steht denn da End-Taste geht aber wo waren die Quests eigentlich ach komm jetzt ist alles wieder verändert eben ihr merkt ja die Mods sind wieder aktiv seit dem letzten Part also die letzten drei, vier Parts oder die neuen Parts vom neuen Projekt und das war halt einfach Curse Forge blockiert Mods manchmal also dass die dass die Mod Packs Mods blockieren äh see Pokemon Quest UI was Ö ah wegen der Que- ok Ö muss ich mir nennen rote N questional in und dann schon mach ich das Ö so jetzt habe ich hoffentlich nicht irgendwas verendet verendet ok ich muss rote Apicocos und shiny Pokemon muss man auch fangen gut schade ist egal um den Garten kümmere ich mich auch noch ein bisschen privater das ist ein bisschen eine privater Angelegenheit und eben wir haben halt hohe Pokemon ich möchte sie gerne ein bisschen reduzieren damit ich noch eher mich auf Care for Pokemon noch konzentrieren bis wir die erst das S-Best Segment gebaut haben oder nicht nicht so lange aber ja ihr wisst schon damit ihr wirklich bei mir alles sehen könnt in interessanter Weise ich sehe immer wieder kurz Let's Plays von Pixelmon und dann bin ich immer am ecken weil ich nicht alles sehe dass die so schnell einfach Elite Pokemon haben und dann die Legendaries fangen und dann fertig sind Ultradimension einen Tag oder so also einen Part ok einen Part ist drei Tage ungefähr ähm jo vertreten und ich sehe einfach nichts mehr ich bin ein kompletter Schauer ich schaue die Let's Player und leiste immer komplett in meinem Projekt vor allem die Aufzeichnungen dann auch an und das machen die wenigsten oder aber ich möchte einfach jo nicht euch plagen indem ich euch so mich aufhalte wenn ihr gerne Endcontent sehen wollt dann sagt es mir doch bitte also ich mache dann auch das was ihr sagt äh wenn es euch stört oder sagt die Sachen Kritik Feedback so Sachen ich bekomme auch immer wieder Tipps über wo einfach gar nicht nötig sind weil sie im Part vorkommen also schaut einfach am besten den Part und gebt mir dann Tipps oder ihr gebt mir Tipps und jo die die ich halt nicht rausfinde im Part es sieht einfach so komisch aus wenn einer so sagt ähm du musst die Mods einfach in den Mottenordner machen das ist jetzt nur das Beispiel also von dem einen der das jetzt gerade gemacht hat also die neueste Frage sozusagen beantworten weil ich habe geantworten äh gefragt wie kann ich die Mods ähm benutzbar machen ähm ich weiss schon dass ich die Mods im Modsordner habe das weiss ich schon in Ewigkeit aber nicht wie der Modsordner einfach funktioniert oder weil es blockiert ja die den Modsordner sozusagen das Modpack ladet die Mods im Modsordner überhaupt nicht okay die also ich finde irgendwie der Wald hier mega schön er ist zwar ein bisschen schlicht aber ist so viel schöner als die normalen Biome da ist es einfach so geil noch ein paar habe ich dann ja und eben wenn er halt im Vordergrund steht gerade ich bin einfach so ich rede über Sachen die aktuell ist also die die mich betreffen also falls ihr einfach keine Lust habt dass irgendwas genannt wird ich nenne nicht die Namen ich tue euch nicht irgendwie speudern also dass ihr der Markus nein der ähm der ja wie heissen sie schon wieder ihr habt immer diese diese Namen oder die irgendwas bedeuten ähm Max musste man ja also der Maximilian oder der Markus nein der Max einfach und dass es der ist ich tue niemanden irgendwie bloß stehen er hat das gemacht aber ich möchte gerne die die Information einfach euch ein bisschen gegeben ich kann schon stoppen wenn es jetzt wirklich jemanden mega nervt oder so ähm aber ich ich tue mir die Sachen einfach bewusst ich will ich will eine Community sein mit euch und wenn ihr Hater sein wenn ihr Scheisse baut dann werdet ihr das einfach bei mir bereuen oder weil ich bin gut zu den guten Menschen und böse zu den bösen Menschen das bin ich einfach ich bin neutral also ich bin nicht neutral ich bin alles ich kann böse werden aber aber ist das denn so schlimm muss man dann einen Menschen haten nur weil er ein paar Sachen sagt äh ich weiss ja nicht wie seht ihr das also welche Fraktion seid ihr überhaupt beziehungsweise welche Gesinnung alle sind gut ich denke nicht Menschen sind böse sie wissen es meistens einfach nicht und ich sage nicht dass ich sehr nett bin also ich sage ich bin sehr nett zum sehr netten Menschen ich übertrage das aber das ist eben das Problem es gibt viel zu viele Hater auf dieser Welt die nicht wissen was sie machen sie machen einfach nichts also sie machen schon etwas aber das falsche und das ist das Problem Kampfmusik ist einfach viel lauter als der Rest der Musik es stört mich einfach ein bisschen weil ich sehr viel lauter habe weil ich immer Videos anschauen muss die sehr leise sind wenn zum Beispiel Livestream und Let's Play oder ganz generell normale Menschen die machen lauter Videos und Livestreams und Berufliche machen ganz leise also ich verstehe nicht was der Mensch unter einem Sounddurchschnitt versteht jeder hat einen anderen Einfluss auf Sound weil ja etwas anderes eine andere Hardware hat beziehungsweise ein anderes Gehör auch manchmal genau und das ist alt also man muss immer hin und her und ich habe jetzt gerade jetzt momentan so laut dass die Musik mir in den Ohren fast weh tut also ich tue jetzt gerade mal kurz wieder ein bisschen leise stellen das habt ihr da habt ihr keinen Einfluss sorry wir haben Video am Video schauen oder nicht mich am Schauen so oder meinen Page am Schauen so gut ich habe genügend das sind normal schade ich hätte jetzt gedacht das wäre noch ein bisschen die andere Farbe ich wollte eigentlich hier rüber gehen schon mal aber ich bin ich bin ich bin irgendwie falsch gelaufen so schauen wir mal kurz ein Pikachu wollen wir ein Pikachu fangen das ist ein Horn Lute das anders aussieht da muss ich hin so schnell wie möglich weil die Pokémon die spawnen im Standard wie zu schnell ich habe das ein bisschen hoch gestellt drei zieht was hallo so also ich bin wieder da genau ist das Horn-Liu jetzt da bitte bitte Horn-Liu hinter mir das ist aber jetzt ein normales meine Güte da unten rechts von mir irgendwo hier bitte Horn-Liu was bist du bist du ein Ros-Rot nein bist du ein Shiny wo bist du ach komm genau wo ich hinschau hä man sieht kein Horn-Liu unterirdisch hier hier bin ich zu weit so er wollte einfach kurz ne Flasche Rivela das Nationalgott ich weiß das ist Kokuna Taxi Mann diese Karte ist so ein Mist hä ist es da oben meine Güte ich benutze einfach mal den Spectator-Modus hätte ich gerne ich tüte nie ich sehe kein Horn-Liu also kann ich das auch nicht fangen weil es irgendwo dazwischen ist genau links von mir wo ist es dann wo ist es dann es muss hier sein ich will das haben ist es ich dreh durch ich sehe etwas wo ich nicht also ich sehe es auf der K da so Level 4 Horn-Liu mit ich habe es gewusst es ist mega auf dem Baum ja okay eine Raupe würde ich verstehen stehen wegen den Blättern stehen so schwer zu erkennen ja es ist eine Rose es sieht nicht so Rose aus es sieht eher so Weinrot aus so ja mega Rotrose ich bin fast am ausflippen wenn ich etwas auf der Karte sehe seht ihr meine Güte das war jetzt gerade ein bisschen mit dem mit der Ablenkung vom schönen Daniel das ist ein 57-jähriger flotter Mann ja nicht so flott aber eher das Gegenteil ein netter Mensch so WG-Bewohner genau der einfach so ein bisschen unruhig ist also so ja okay flott ne es ist einfach unruhig und deshalb ruhig und deshalb ist er so ein bisschen ja eben nicht flott also es macht einen Anschein von Flottigkeit aber es ist eher einfach zappelig das ist das Ganze das ist genau hier es kann schon sein durch das Übertragen ins Hauptspiel also den Haupt-Minecraft-Ordner dass manche Chunks halt nicht so gut sind aber ich glaube eher nicht also das hier einfach das so aussieht das wird so richtig schlecht world-borderisch sein ähm zusammenhängend sein abgeschnitten sein oder genau also wir haben schon ein bisschen Überzeit also 32 Minuten ich freue mich immer wenn ich ein bisschen mehr machen kann aber YouTube nie die brauchen halt über 30 Minuten dann recht lange zu bearbeiten aber wir schauen noch kurz das da an bis 34, 35 kann ich locker mal und dann lade ich sofort hoch damit der Part auch ankommt genau und dann werde ich noch mal so eine Aufnahme machen sicher also es sieht einfach so aus aber es ist gar nicht so Asalie hey wir haben schon Asalie 1.6 16 ich tue das jetzt mal mit der Schere abbauen ich glaube schon soll ich es mal einmal machen es gibt genügend ja ok die Schere wäre nicht nötig gewesen gut ist mir nicht so wichtig sonst einmal testen dann kann man es ja nie mehr machen müssen also weil die sind sehr schön die würde ich gerne dann in der Eis Seite der Villa machen im Eissegment oder so würde man sagen jo und dann haben wir ja noch ein Eisaltar aber dann schauen wir uns im nächsten Part an Tschüssikowski Lötchen ich gehe schlafen auf dem Eis Tschüss